6.000 Leute waren am Defilé der Schweizer Armee interessiert, dass in der Zofinger General Gießenstraße bei schönstem Wetter abgehalten wurde. Für Politprominenz, wie der Militärvorsteher Uli Maurer und sein SVP-Kollege Toni Brunner, war die Anwesenheit ein Muss, um sich bei den Soldaten für die Conex-15-Übung zu bedanken. Ranghohe Militärs aus China, Mexiko, Deutschland und Korea verfolgten mit Interesse das Defilé. Leider überschattete ein Todesfall nicht nur den Ablauf der Übung, sondern wurde durch eine Schweigeminute präsent. «FORMATION» Das Spiel der Rekrutenschule 16-2-15 spielte ergreifend das Lied Ich hatte einen Kameraden und untermalte das Defilé nicht nur mit militärischen Klängen. Der Vorbeimarsch der 5000 Soldaten lud teilweise zum Schmunzeln ein, wenn man die Frontmänner bei ihrem etwas seltsamen Marsch beobachtet. 500 Fahrzeuge wurden gezeigt, ohne dass dabei eine Machtdemonstration entstand. Und auf dem ersten Fahrzeug, der Fondant der Rekrutenschule 20-2, der Alkohol der Komunik. Der Fondant der Terminium 2, er hat bereits mit 23 Jahren seine Komunik. Der Fondant der Rekrutenschule 20-2, Das ist die KZ-Fahrzeuge. Vielen Dank. Applaus 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 Die technische Hilfsmittel der Armee lösen teilweise erstauner aus. Gut zu wissen, was im Notfall einer Katastrophe für die Erste Hilfe zur Verfügung steht. Der erfolgreiche Abschluss der Volltruppenübung Connex 15 der Territorialtruppen 2, zu denen Baselstadt, Soledon, Aargau, Luzern, Niedwalden und Obwalden gehört, wurde somit beendet. Applaus 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 Die 1964 gegründete Patrouille Swiss war das Abschlussbucket und löst wie immer große Begeisterung aus. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020